Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist euer Zocker Andi. Wir spielen heute ein Power Defense Game. Defend your life. Die durchgehen haben wir verloren und die werden durchgehen, Leute. Das ist scheiße. Habe ich noch irgendwas? Nein. Wir brauchen mehr Elektro Tower. Zum Schluss sind die richtig lästig. Das ist kacke, Leute. Elektro Tower, gut und schön, aber die sind einfach viel zu teuer. Das ist es. Gut, wir probieren das nochmal. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Aber was für ein schwieriger Level. Echt eklig, Leute. So, ich werde das hier upgraden gleich, dass wir Kohle kriegen, so schnell es geht. So, die Abklingzeit holen wir nur schnell runter. Und dann werden wir da anfangen. Beziehungsweise können wir auch gleich mal. So, Tower hier. Hier auch noch ein Tower. Den können wir ausbauen. Hier nehmen wir den normalen und hier schon die Elektro Tower. Ich glaube, das ist am besten. Beziehungsweise eventuell machen wir das sogar umgekehrt. Und hier den Tower da. So, machen wir es. Ich hoffe, das bringt es. So, hau ihn um. Und der kommt nicht nach. Der eine wird durchgehen. Oh, das ist scheiß Hunsviecher, Leute. Solche Mistviecher. So, wir bauen da mal Feuerpower. So haut es hin. So, jetzt müssen wir wieder aufs Kohle warten. Den haben wir gerade noch gekriegt. Wir werden jetzt den zuerst upgraden hier. Es war ein bisschen blöd, dass ich mit dem da angefangen habe. Das war jetzt nicht so schlau. Das passt. Den upgraden hier. Wirklich knappe Sache. Wir brauchen mehr Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wir hatten einen schlechten Start. Hier das Elektro Tower. Das ist keine gute Idee. Wirklich eine blöde Idee. So, wir brauchen wieder Moos. Hier werden wir auch einen Elektro Tower hin. Hier einen normalen. So, der muss ein bisschen Gas geben da. So, das haut hin. Dann werden wir den ein bisschen abträden. Bombe da hin. Das brauchen die. Dann können wir den hier upgraden. Okay. Dann können wir den hier upgraden. Das brauchen die. werden wir benutzen. Der muss weg. Der wird gleich weg sein. Der ist nicht das Problem. So, jetzt werden wir den ausbauen. Auch mal ausbauen. Scheiß Hundsviecher müssen wir loswerden, Leute. Jawohl. Elektroschock. Wir brauchen mehr normale Tower. Das habe ich ein bisschen blöde angefangen, muss ich sagen. Der Elektro-Tower, den brauchen wir erst zum Schluss. Zum Schluss kommen erst die schwierigen. So, den hier upgraden. So, jetzt können wir den hier noch upgraden. Wir müssen ein bisschen mehr reinhauen. So, der wird schwierig hier. Hier könnten wir noch... Hier lassen wir noch die stoppen. Das ist eine gute Idee. Das bauen wir auch gleich aus. Jawohl. Eine Bombe. Für den da. Das braucht er. Es sind schon einige Touren. Wir sind jetzt bei Welle 20. Also, das ist wirklich... Den Elektro-Tower hätte ich am Anfang nicht nehmen sollen. Das war ein riesen Fehler. Diese Fehler kostet uns vielleicht das Leben. Nachher brauchen wir viele Elektro-Tower. Darum werde ich die jetzt ganz normal aufbauen. So. Das hätten wir. Den da müssen wir jetzt dann ausbauen. Das werden wir auch noch ausbauen, dass die da wirklich aufgehalten werden. Der braucht das upgrade dringend jetzt. Das kommt genau richtig. Dass er die Elektro-Dinger da bis sie stoppt wenigstens. Und hier überall Elektro-Tower nachher. Ja, das hilft bei denen leider nichts hier. Den haben wir auch ausbauen. Den hier noch. Dann kriegen wir Moos. Wie sieht's hier aus? Wir bauen den aus. Dann kriegen wir noch mehr Moos. Immer mehr Moos. Das können wir noch mal super. Wow. Da ist Kohle drin. Und die brauchen wir wirklich dringend. Und die extra Kohle, die nehme ich natürlich auch gerne mit. Das werden wir auch abholen hier. Zack. Da ist nämlich auch gleich Welle 28. So, wie viel brauchen wir da? 150. Geht hier aus. Max upgrade. Wir werden jetzt nur mehr diese Elektro-Dinger bauen, weil zum Schluss kommen sowieso nur mehr die. Die werden genug nerven. Da könnt ihr sicher sein. Die Plätze da oben werden wir fertig machen. So, ich würde gerne einen Schock-Ding. Welle 30. Da kommt jetzt einiges. Das wird jetzt schwierig. So, die müssen ein bisschen Turbo jetzt reinhauen hier. Gleich habe ich die Bombe. Komm, gib mir die Bombe. Zack. Das brauchen wir. So. Hier noch ein bisschen ausbauen. Kohle Hammer. So, der ist tot. Müssen wir ein bisschen nachhelfen. Ach, du Scheiße. Die brauchen den Elektroschock. Was ist der da? Die müssen wir ausbauen dann. Wir können die nur aufhalten im Moment. Das andere ist, können wir nicht machen. Ich brauche Kohle. Aber hey, wir haben es geschafft. So, Elektroschocker. Welle 35. Das hilft leider nicht so viel. Das ist das Problem. So, die zwei kriegen das da. Den bauen wir aus. Jetzt wird es schwierig. Jetzt müssen die Elektroschocker machen. Den können wir auch abquellen. Okay. Die kriegen inzwischen wieder Leben. Das haut hin. Noch ein Elektroschocker. Nur mehr Elektroschocker jetzt, weil das wird dann zu schwierig sonst. Das ist auch noch. Wir brauchen noch mehr von denen. Dann machen wir noch einen. Dann machen wir noch einen. So weit hat das hin, Leute. Jetzt will ich den upgraden. Jawohl. Können wir hinkriegen. Und wir sammeln wieder Kohle. Und wir sammeln wieder Kohle. Welle 39. Ich schaue, dass ich jetzt alles ready habe. Komme kann man nur mehr verwenden. Das ist nicht das Problem. Das hier auch. Irgendwann noch upgraden. Wir müssen alle noch upgraden. Mir fehlt definitiv Kohle, Leute. 40. Das ist die letzte Wave. Das ist die letzte Wave. Wären wir denen einen gescheiten Schock geben hier. Schönen abgüben. wir haben es wie hart vor das war leute wie hardcore aber wir haben es geschafft schauen wir irgendwas einkaufen können unser grüner müsste ja auch schon gelevelt sein langsam mal wieder aber der kriegt auch ich würde sagen den geben mal leben der muss nämlich eh schön immer was aushalten schaut hier aus ich würde gerne das haben wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich leicht mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy let's play tschüss